Jo moin leute herzlich willkommen zur Nesca Craftman Truck Series mit dem Rennen in Martinsville mit den Long John Silvers 200. Let's go! Das Rennen gewinnt Spencer Boyd. Erzlichen Glückwunsch. Dahinter vorkommt ins Ziel Tanner Gray vor Ben Rhodes und vierter und fünfter wird Tal Marczewski und Christian Eccles. So, das war's mit dem Nesca Craftman Truck Series in Martinsville mit dem Rennen mit dem Long John Silvers 200. So, wenn dir das Video gefallen hat, lassen soll es hier nach oben da. Vergiss kein Abo. Dann nehmen wir das Glück hin. Das nicht vergessen. Dann verpasst ihr keinen Benachrichtigung auf den Channel Besteller. Good Ways. Ciao! Bis zum nächsten Mal.